Alles super, oder? Wie sieht es beim Nasdaq aus aktuell? Man hat ein gutes Gefühl, wenn man hier drauf guckt. Das ist doch genau, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wer jetzt begeistert ist, der gucke sich gleich noch die anderen Pappenheimer an, die gar nicht so gut aussehen. Aber fangen wir mal mit dem Nasdaq an. Irgendwo müssen wir anfangen, dann nehmen wir doch die gute Seite erstmals zuerst. Nochmal ganz kurz so im Rückblick. Was hatten wir uns angeguckt? Diesen Anstieg, Rücksetzer, Anstieg, Rücksetzer, Anstieg. Fünffällig nach oben, Korrektiv nach unten, eventuell mit diesen noch. Also zwei Möglichkeiten, da einzusteigen. Das ist mehr oder weniger genau die Zeichnung, die wir uns überlegt haben. Mit Trigger hier, mit Erwartungshaltung, dass wir die 100er-Marke erreichen. Und wir wissen, wenn er die 70er hat, ist es eigentlich ganz gut, mal so in die Nähe des Einstiegs nachzuziehen oder vielleicht sogar auf den Einstieg nachzuziehen. Es gibt so ein bisschen Wahrscheinlichkeitskurven, die sagen, also wenn es ganz doof läuft, läuft er halt nicht ganz 100 hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass 100 erreicht wird, nochmal für die, die es nicht im Blick haben, die ist verhältnismäßig hoch. Ich rede jetzt nur von Statistiken. 15.572. Die Erwartungshaltung für so eine ABC-Verlaufsmuster ist bis 100 Prozent sehr gut. Und für ein ABC lässt die Wahrscheinlichkeit nach. Folgt noch ein Fünfweller, ja dann geht es ja sowieso noch weiter nach oben. Also das sind alles ganz gute Voraussetzungen, dass wir zumindest diese Zone da oben durchaus noch mal erreichen können. So diese Art Mindestbewegung in diesem Umfeld, das geht halt bis 70, deshalb die Idee, naja jetzt zumindest mal auf den Einstieg hier nachzuziehen, in etwa auf diese Marke. Das waren ungefähr 13.285. Oder ihr macht halt irgendeinen Nachziehmechanismus, das könnte der Supertrend sein. Oder der Parabolik, in diesem Fall vielleicht der Parabolik, weil wenn wir die 70er haben, dann nehme ich gerne den engeren daraus. Das ist aber euch überlassen. Ihr hättet aber auf jeden Fall schon mal eine Chance, das Risiko abzusichern. Wenn es dann wirklich umdreht, hat man, naja, die Chance auf einen Gewinn gehabt. Es ist nichts Großartiges passiert. Wenn er weiter nach oben läuft, freuen wir uns, dann ist das auch gut. Also insofern wäre jetzt diese Punkte beispielsweise, wären etwas, was man verwenden kann, in diesem Beispiel im 4-Stunden-Chart, um die Aufwärtsrichtung noch ein bisschen mitzunehmen, in der Hoffnung, dass sie denn noch nach oben zeigt. Ja, alles super, gell? Liegen wir doch immer richtig mit unseren Aussagen. Könnte man jetzt meinen, wenn man sich den anguckt, aber schauen wir uns das gleiche Szenario jetzt mal an. Also auch hier den 4-Stunden-Chart beim ES. Der ES, das ist ebenfalls etwas, über den wir gesprochen haben. Das sah zu dem Zeitpunkt unserer Absprache ungefähr so aus. Ihr seht, dass, also ES muss ich dazu sagen, für die Unkundigen, das ist der S&P 500 Future. Also das, was wir institutionellen Händler gerne im Handel haben. Für Private meistens ein bisschen zu groß, deshalb nimmt man da gerne irgendeinen CFD da drauf oder ein gewähltes Produkt. Da kann man ein bisschen variieren. Trotzdem als Basis wird eben ganz gerne der S&P 500 für so etwas genommen. So, die Situation ziemlich ähnlich. Einstieg dann an der Stelle und Wahnsinn, Hammer! Und was hat der Kurs gemacht? Ich glaube, das haben wir sogar schon mal ein bisschen angesprochen, dass der Kurs noch mal runtergegangen ist. Gestern sah es nicht ganz so tief aus zu dem Zeitpunkt, als wir darüber gesprochen haben. Aber ihr seht, dass zumindest mal die engen Stops rausgeflogen sind. Jetzt kann man sagen, was für ein Mist ist das denn? Was für ein blöder Ansatz! Ja, aber wir hatten gestern schon darüber gesprochen, dass die Krönung des Ansatzes nicht ist, dass wir die Zukunft vorhersehen. Ich muss das immer wieder betonen, ich merke das immer wieder an verschiedenen Stellen, dass der eine oder andere davon ausgeht, dass man mit Charttechnik oder mit irgendetwas anderem, dabei ist es völlig egal, ob das Knochenwerfen, Kaffeesatz, Charttechnik oder das Lesen von Bilanzen ist. Man kann damit die Zukunft nicht vorhersehen. Also mir ist nicht bekannt, dass das durch irgendeine Methode geht. Sobald das jemand weiß, bitte Bewerbung rausschicken. Wir nehmen alle an. Aber solange wir die Zukunft nicht vorhersehen können, müssen wir uns halt auf typische Situationen versteifen, die wir so gestalten, dass sie im Durchschnitt für uns vorteilhaft ist. Das ist für mich ganz wichtig, dass ihr das versteht. Es geht um den Durchschnitt. Und in diesem einzelnen konkreten Fall, zumindest bei der Wahl des engen Stops, das ist zum Beispiel einen, den wir sehr gerne nehmen, der ist relativ aggressiv, gibt uns aber ein sehr hohes Chance-Risiko-Verhältnis, ist das dann ganz klar ausgestoppt und negativ trade. Das würde mich jetzt nicht stören. Also ist für mich jetzt kein großes Problem, das zu tun. Warum? Erstens mal, weil es unser Handelsansatz ist, weil ich eben sage, wie viel Mal könnte ich auf diese Art verlieren und würde trotzdem noch Gewinne machen? Ich weiß gar nicht, ob ich das so schnell hinkriege. Einmal, hier zweimal, das ist ja ein bisschen winchig, warum auch immer denn jetzt so zeichnet. Dreimal, viermal. Also selbst, wenn ich viermal falsch liege, ich habe sogar noch zu niedrig gezeigt, müsste eigentlich ein bisschen höher gehen. Viermal falsch liege und erst beim fünften Mal richtig liege, habe ich immer noch einen Gewinn, der zugegeben sehr klein ist, nur noch diese Differenz. Aber worauf ich hinaus will ist, es ist nicht die Aufgabe eines Händlers, dass wir die Zukunft vorhersehen. Das gelingt mir genauso wenig wie jedem anderen da draußen. Unsere Aufgabe ist es, die Gestaltung so vorzunehmen, dass egal was in der Zukunft passiert, wir die Chancen, also die Wahrscheinlichkeit und die Marge sozusagen aus dem Chance-Risiko-Verhältnis, dass das zu unseren Gunsten ist. So, das ist also hier mit dem engen Stopp, hat bisher nicht funktioniert. Der weite Stopp, das ist die andere Variante, das haben wir aber gestern schon besprochen, will ich jetzt nicht nochmal breit treten, nur weil ich immer wieder Feedback wahrnehme zu mir oder eben auch an ganz anderer Stelle, wo ich dann sage, das ist so schade, dass es für die Menschen so schwer ist nachzuvollziehen, dass es nicht die Aufgabe ist und auch nicht die Fähigkeit ist, eines Händlers die Zukunft vorherzusehen, sondern die Gestaltung so vorzunehmen, dass man sagen kann, ist mir egal, was passiert, ich gehöre eh auf die Gewinnerseite. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. So, also noch sieht es ja ganz gut aus, zumindest mal mit dem weiten Stopp, sieht es wirklich gut aus. Jetzt gucken wir, ich mache das mal alles weg, uns diese Bewegung mal an. Eigentlich, das war die Aussage, die wir hier mal gesagt haben, eigentlich wollten wir etwas haben, das in etwa so aussieht. Das ist das Bild, was ich eigentlich gerne hätte nach dem Anstieg, nach der Pause. Hier nochmal ein Anstieg, der in etwa so aussieht. Und wer schon ein bisschen länger mit dabei ist, der weiß, dass Börse meistens nicht wie ein Strich aussieht. Da gibt es dann zwischendurch mal Päuschen. Solange die Päuschen voneinander entfernt sind, ist die Welt noch in Ordnung. Es muss jetzt nicht exakt so aussehen, wie ich es gezeichnet habe. So sieht die Welt in Ordnung aus. Es geht immer noch nach oben, macht mal Pause, dauert also ein bisschen länger. Aber trotz alledem, die Richtung stimmt. Das ist schon ganz schön mühsam. Es sieht ziemlich gequält aus, was der Markt hier aktuell gerade macht. Also man hat irgendwie den Eindruck, dass beim S&P, also immerhin den Gesamtbreitenmarkt, die Marktteilnehmer noch nicht super überzeugt sind, dass die Long-Seite die richtige ist, was wir da im Moment eben sehen. So, wenn die anderen nicht überzeugt sind, dann muss man sich überlegen, muss ich da, soll ich da, will ich da irgendwie was machen? Also wer da sowieso schon rausgeflogen ist, der sagt sich, ja super, habe ich ja das Martyrium schon hinter mir. Wer sagt, ich habe die Position noch. Oder aber der sagt, soll ich vielleicht jetzt noch eine aufmachen? Muss ich ernsthaft Gedanken machen? Ist das eigentlich jetzt das, was ich will? Und das ist es aus meiner Sicht aktuell nicht mehr. Jetzt ist das manchmal komisch, weil jetzt sagen ja viele, also du bist jetzt der Überzeugung, dass das nicht passiert. Nein, nein, das wäre eine völlig falsche Interpretation. Ich weiß nicht, ob das passiert. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Was ich aber sehe ist, dass dieses Verhaltensmuster, so wollte ich das nicht, dass dieses Verhaltensmuster nicht typisch ist für Marktteilnehmer, die sagen, ich habe so Lust auf Kaufen. Ich kaufe auf jeden Fall. Die bräuchte ich aber möglichst, um so eine Zone da oben zu erreichen. Das heißt, ich kann diesen Anstieg nicht ausschließen. Das würde ich niemals sagen. Aber ich finde, dass die Stimmung in diese Richtung deutlich nachgelassen hat. Ich sehe also immer mehr die Gefahr, dass das irgendwie auf halber Strecke verhungert oder vielleicht jetzt schon verhungert ist und wir eigentlich hier auf der Abwärtsseite unterwegs sind. Das heißt, im S&P im Gesamtbreitenmarkt bin ich nicht mehr so glücklich, was das angeht. Über das übergeordnete Bild, da habe ich lange noch drüber gesprochen, das wollen wir heute nicht betrachten. Aber ihr seht, so richtig Burner-mäßig ist das aktuell nicht. Ich schließe nicht aus, dass wir das da oben noch mal erreichen. Für mich ist es allerdings persönlich nichts. So von wegen, sieht schon doof aus. Ich will es aber trotzdem noch. Dann schließe ich lieber die Position, falls ich sie noch habe und sage mir, ja, dann ist es halt nicht der Fall. Das hängt natürlich auch noch stark vom Regelwerk ab. Aber das will ich an dieser Stelle jetzt nicht so sehr durchgehen. Also viele von euch wissen, wenn ihr Nachziehstopp-Regelwerk habt, das könnte ja zum Beispiel diese Supertrend oder Parabolik sein. Dann könntet ihr natürlich auch sagen, ich ziehe auf diese Art und Weise in irgendeiner Form hinterher. Kann auch auf einer kleineren Ebene sein, was für euch passend ist. Aber irgendwie so richtig glücklich macht das noch nicht, was wir hier sehen. Ein bisschen ein Versuch zur Güte könnte im Moment noch sein, den Anstieg, den wir hier jetzt haben aktuell. Ich mache das mal bewusst so, weil eigentlich war der Anstieg bis zum Feierabend ungefähr bis dahin. Dann hatten wir so halbwegs Nachthandel und dann wäre die Überlegung, ob es da nicht noch mal nach oben geht. Also man müsste es noch nicht zwingend jetzt canceln, also schließen die Order im Zweifelsfall oder komplett aufgeben. Eine letzte Hoffnung für den Bullenmarkt gäbe es noch, das mache ich noch mal groß, damit ihr es besser erkennen könnt. Wenn er dieses Zwischenhoch vom 11. Mai 14.15 hat, dann würde man zumindest mal sagen, naja, die schärfste Abwärtsbewegung wird es wohl nicht sein, wenn er noch mal da hoch geht. Warum so hoch? Wenn die Marktteilnehmer doch so richtig Bock auf Abwärts haben, dann lassen sie sich doch nicht so viel wieder in die Gegenrichtung treiben. Das heißt, das wäre noch mal eine Indikation hier für die, die unbedingt Long gehen wollen. Ich finde es suboptimal. Es würde aber vorher erst mal die vermutlich vorläufig vorherrschende Richtung noch mal geben. Solange der Kurs aber nach unten geht, bin ich auf Long sowieso nicht so richtig getrimmt. Entschuldigung, wie sieht es beim Dow Jones aus? Da ist das im Nahkampfchart ziemlich ähnlich. Also wir können es hier im Vierstundenchart noch mal so halbwegs andeuten. Da hatten wir ja ebenfalls schon mal gedacht, vielleicht ist das was. Das war allerdings hier ein Völlerversager. Also ihr seht, Wahrscheinlichkeiten heißen nicht, ah, die höchste Wahrscheinlichkeit, das passiert, sondern hohe Wahrscheinlichkeit heißt, dass wenn ihr das 100 Mal habt, ist das Ergebnis lastig in die eine Richtung. Wie gesagt, ist es ganz wichtig, vielleicht mache ich dazu noch mal einen extra Beitrag in die Tage, dass ihr einen bisschen besseren Überblick darüber erhaltet. So, also offensichtlich hat das hier aber nicht funktioniert. Sollen wir jetzt also auf die Long-Seite oder auf die Short-Seite gehen? Naja, immerhin, das kann man ihm noch zugutehalten, ist das, was wir hier haben, relativ korrektiv im Gegensatz zu diesem. Zur Not finde ich Long also ganz okay, wenn wir irgendwo hier oben durchgehen. Ich sage jetzt schon, für mich ist das kein Trade. Also so sieht das nicht aus, wenn ich traden will, das ist mir hier zu unsauber. Das müsste dann schon auf einer kleineren Ebene unterwegs sein. Im Moment fällt der Kurs allerdings wie wild, da gehe ich ja sowieso nicht auf die Long-Seite. Für mich als einen weiteren Hinweis, als nicht mehr für die Long-Seite, das wäre dann spätestens die 33.184, denn wenn er diese Marke durchstößt, dann bin ich nicht mehr sehr amused, was die Aufwärtsbewegung angeht und halte mich da aus diesem Bild raus. All das, was ich jetzt gesagt habe, kann zeitweise überstimmt werden durch etwas, was vielleicht im Intraday, 5-Minuten-Chart hier passiert. Also wenn der im 5-Minuten-Chart gleich mal sowas macht, anschließend mal korrektiv hier geht, dann gehe ich natürlich für dieses Teilstück hier gerne auch nochmal hier Long. Natürlich wieder hier an der Zwischenhochmarke. Und wenn ihr jetzt sagt, bist du dir da sicher? Nein, überhaupt nicht. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das gut geht. Ich weiß nur, dass die Wahrscheinlichkeiten für dieses Bild besser sind und das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt auch zu unseren Gunsten ist. Das heißt, ich halte es für vorteilhaft, das hinreichend oft zu machen. Manchmal lese ich das, das tut mir dann immer so weh, das schreibt dann jemand da drunter, ich habe all mein Geld verloren. Also wenn mir mit einer Methode alles Geld verliert, dann ist das schon zu viel Risiko in ein oder zwei Trades gesetzt. Anders kann man sich das eigentlich nicht erklären. Denn natürlich wird das regelmäßig auch in die falsche Richtung gehen. Haben wir jetzt ja zwei Beispiele gesehen. Der Nasdaq war ja gut. Aber streng genommen hätte man mit dem Nasdaq jetzt schon mehr Geld verdient, als man mit den anderen beiden verloren hat, wenn man auf die Chance-Risiko-Verhältnisse hat. Also ihr seht, Wahrscheinlichkeiten, das ist halt ein eigenartiges Ding. Wahrscheinlichkeiten ist halt etwas, was enorm wichtig ist. Wenn man da das Verständnis dafür nicht hat, dann ist Trading, sagen wir mal in Anführungsstrichen, schon ein etwas schwieriges Thema. Denn die Wahrscheinlichkeiten muss man mit betrachten und verstehen, wie man damit umgeht, um erfolgreich seine Trades umzusetzen. Ganz egal, auch wenn ihr einen anderen Handelsansatz fahrt, wie ich das hier mache, was völlig in Ordnung ist, man muss es ja nicht genauso machen, wie wir das machen, gelten natürlich trotzdem diese grundsätzlichen Bedingungen, wenn ihr euren Trade aufbaut. Deshalb beachtet das immer und deshalb mache ich immer wieder Beispiele, regelmäßig Beispiele, die natürlich alle sehr ähnlich sind. Ich fange ja nicht an, mache jedes Mal ein anderes Beispiel und sage, das verstehe ich gar nichts mehr, war doch letztens ganz anders. Ich zeige euch immer wieder die gleichen Beispiele, dass ihr an verschiedenen Chartsituationen sagt, ja, jetzt verstehe ich, wie das in etwa auszusehen hat. Vielleicht im Groben nochmal kurz beim Dow Jones, wir haben ja hier nochmal so unseren Pauseindikator, der sagt immer noch Pause, also so richtig long findet er das eh noch nicht. Dann wollen wir ihm das eh nochmal gönnen, dann soll er doch nochmal runterkommen von mir aus, dann haben wir es doch hinter uns endlich. Ich hatte hier vor kurzem nochmal so eine kleine blaue Kiste ja hingemalt. Wenn er die vielleicht nochmal erreichen mag, sehr, sehr gerne. Also schauen wir uns das die Tage mal an. Wenn der noch ein bisschen tiefer geht, merken wir uns mal so ganz grob nochmal die Zone 33.000, ich würde sagen 33.000, 32.600 auch nochmal. Das ergibt sich einfach aus dem Bild, was wir quasi hier haben. Ich habe es aber die letzten Tage ganz intensiv immer angesprochen. Eigentlich diese Zone, aber da waren wir ja schon, deshalb wäre eigentlich mein Ziel, dass wir die obere Hälfte, die hatten wir ja schon, da nochmal in die tiefe reinkommen. Der Grund war, weil der war zu schnell, wir bräuchten eigentlich noch ein bisschen Zeit, tot zu schlagen. Möglicherweise ist es genau das, was wir jetzt haben. Ein Grund mehr, diese möglichen Long-Szenarien wirklich nur auf der kleinen Ebene hier zwischendurch mal zu machen, in der Erwartungshaltung, dass diese Abwärtsseite bis dahin nochmal geht. Erst wenn wir auch unter die 32.600 gehen, dann müssen wir uns neue Gedanken machen. Dann sieht es vielleicht doch nochmal übler aus. Und die blöderen Szenarien beim S&P und Nasdaq, die wir ja auch schon angesprochen haben, kommen dann wieder zum Tragen. Aber solange wir da oberhalb sind, ist das durchaus noch völlig legitim, auch im bullischen Bild. Wie sieht es beim DAX aus? Naja, ein bisschen ähnlich. Wenn ich mir dieses hintere Teilstück angucke, dann bin ich ja gar nicht so unzufrieden damit. Und auch das sieht hier klar korrektiv aus, was wir haben. Also von mir aus könnte es dann doch nochmal nach oben gehen, müsste aber dann irgendwie die Oberseite triggern. Wir sehen aber, dass immer noch die blaue Box offen ist, über die wir seit Tagen und Wochen und Monaten nicht, aber seit Langem reden, dass er da eigentlich hingehört. Statistisch gesehen wäre das Abfrühstücken irgendwo diesen Bereichs, das ist, wenn ihr es nicht genau erkennen könnt, in etwa 15.750 vielleicht bis 15.570, sagen wir mal so ganz grob als Grobidee, das wäre erstmal normal. Geht er unter das 22. März hoch, da hat sich auch nichts dran geändert, 15.470, dann wird es vielleicht eine Änderung der Situation geben. Alles, was oberhalb ist, ist für die ganz langfristigen Bullen erstmal noch nicht irgendwie ein Drama-Modus. So, jetzt hoffe ich, dass ich euch nicht zu sehr gelangweilt habe mit immer dem Gleichen. Natürlich muss ich euch das Gleiche erzählen, das Traden. Ich habe es an anderer Stelle neulich gesagt. Es ist ein bisschen wie das Radfahren, es ist immer das Gleiche, linkes Pedal, rechtes Pedal, linkes Pedal, rechtes Pedal, da ist kein Unterschied, es ist immer das Gleiche. Das ändert sich auch nicht, insofern total langweilig. Was Traden spannend macht, ist, wie bei einer Radtour, das Umfeld, in dem ich mich bewege, das verändert sich. Und man hat mal eine Steigung, mal geht es bergab, Rückenwind, Gegenwind, ach was erzähle ich euch, mal eine schöne Ortschaft, ein schöner See. Okay, das macht es an der Börse spannend, dass man sagt, oh, hier, guck mal, was für eine Situation, was für ein Marktumfeld haben wir denn jetzt gerade. Da macht das Rechts- und Linksdrücken, Pedale drücken, dann besonders Laune. Na, ob euch das auch so geht, das weiß ich nicht. Ich habe meinen Beruf gefunden, ich freue mich sehr darüber, was ich mache. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch eine ähnliche Leidenschaft aufrechterhält und das Ganze auch noch erfolgreich umsetzen kann. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.